Und liebe Schüler, wie laufen die Ferien? Schon viel erlebt und gut erholt, aufgetankt für die Zeit nach den Ferien? Gibt es schon Pläne, was nach der Schule kommt? Wie man die Ferien für die Berufsfindung nutzen kann? Das zeigen wir euch jetzt. Also gut aufgepasst! Über 500 Helleweckskinder stürmten in ihren Ferien die Werkstätten der Handwerkskammer Koblenz und griffen hier zum Werkzeug. Mal zwei Tage lang selber ein Handwerker sein. Das macht nicht nur Spaß, sondern man lernt auch einiges. Mit den Hellewecks Ferienpraktika bietet die Handwerkskammer Koblenz Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 3 und 4 die Möglichkeit, die Berufswelt des Handwerks kennenzulernen. Ob nun als Fotograf, Fliesenleger, Metallbauer, Friseur oder Bäcker oder, oder, oder. Die Ferienkurse sind inzwischen eine liebgewonnene Tradition und erfreuen sich steigender Nachfrage. Dafür stehen nicht nur die Teilnehmerzahlen, sondern auch die strahlenden Gesichter der Kinder. In Koblenz, Bad Kreuznach, Herstein, Wissen, Rheinbrot und Kochen können die jüngsten Handwerker zum Werkzeug greifen. Jetzt, in den Herbstferien, aber auch künftig. Alle Infos zu diesem Angebot und rund um die Hellewecks gibt es auf einer eigenen Internetseite www.hellewecks.de Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich war bei Ihnen bei einem Ferienkurs, bei Helleweck, beim Hudaic. Das macht sehr viel Spaß und man kann auch tolle Sachen machen. Also, ich habe erlebt, dass wir die Haare färben so gut.